So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. Skyrim in Hübsch. Ohne dich, du doofest Ding da. Seelenstein, Weinflasche. Wer braucht schon Weinflaschen? Echt mal. Ich brauche Lebenstränke. Die habt ihr hier nicht. Das gibt es doch nicht. Salz, Teller, Bienenstöckhülle. Hm, wieso gibt es hier keine Weinstöcke? Ich möchte Weinstöcke. Stöcke. Ach so, Wein. Äh. Weinstöcke, wieso habe ich gerade Weinstöcke gesagt? Ich meine, ich möchte, ähm, Regenerationstränken. Feuerresistenz-Tränken. Jeeeeee. Speichern. Und öffnen. Was? Was? Oh mein Gott. Oh, boah. Boah. Genug, genug. Ich ergebe mich. Ich werde euch brennen sehen. Uah. So. Ah. Ja, ist ein Pfeil. Die haben immer nur diese... Zombie-Erwecken. Hm. Zombie-Erwecken brauche ich jetzt nicht so unbedingt. Ich glaube... Ach. Der hat mich... Oh, der hat mich entdeckt. Wuhu, Beschwörung. Gar nicht mal so schlecht. Dass man jetzt auch mit den Büchern aufsteigt. So. Na, ich fürchte, hier kommt es jetzt zu einem, äh, Endkampf. Was war das? Nein, kommt es nicht. Ich hoffe, das war nun alle. So. Äh. Einziger Seelenstein. 75%. Okay. Gar nicht mal so schlecht. Wieso haben die eigentlich immer leere Weinflaschen, hm? Großer Sack. Einziger Seelenstein. Ein Zaubertrank der starken Heilung. Wieso auch nicht. Schlüssel erforderlich. Elfenstreit-Axt. Warte mal, wie schwer bin ich? Kann ich mal mitnehmen und gucken, wie ich die verkaufen, verdicken kann. Da oben steht einer. Vorsichtig! Ist da jemand? Hier drüben! Oh mein Gott. Ihr könnt euch meine Macht doch nicht einmal vorstellen! Ich ververte. Ist da jemand? Ist da jemand? Aua! Das waren alle! So langsam geht mir. Oh, ich hab alles genommen. Ich bin ein Idiot. Giftrezept, Furcht, Stab der Flammen. Feuer, Salz. Da oben ist nur einer. Schade, dass man keine Granaten da hochwerfen kann. Ist das so ein Feuerbombe oder sowas? In der Richtung. Ist nichts drin. Das ist eigentlich mit meinen Werten. Hallo? Mit meinen Wertenbausen irgendwas? Nein, nein, nein. Was? Ist da jemand? Was war das? Das wird nie herkommen sollen. Das war gar nichts. Gnade. Oh, der sieht geil aus. Ich werde euch brennen. Oh, wo ist der da? Boah, verdammt. Geht doch. Steht auch, dass der Schrank leer ist. Wieso packe ich den dann überhaupt nur an? Ne. Ey, was ist das denn? Hey, was soll denn das? Ach. Schade. Jetzt habe ich auch noch einen Topf mitgenommen. Magier. Eismagier-Lehrling. Der hat auch nichts mehr dabei. Gut, was habt ihr dann bei? Eine Nordpfeil. Giftrezept. Stahldeutsche brauche ich jetzt nicht so unbedingt. Oh. Schukoschwamm. Stab des Schutzgeistes. So. Was haben wir hier noch? Also, wir können in die Richtung. Da geht es hin. Aber wir wollen ja alles. Also. Die Bibliothek ist gleich hier. Wir sind. Am Ziel. Kerkersehne. Okay. Ist da jemand? Oh. Gott. Hellsehen. Brauche ich jetzt nicht zu unbedingt. Na. Gut. Das bedeutet. Cool. Da habe ich noch ein bisschen was gelernt. Da ist und Nieren. Da lernt man nichts. Nee. Ist auch nichts zu sehen. Wieso gibt es hier nichts Spannendes? Hm? Wieso kann man hier nicht normal so ein arcanes Zeug oder sowas machen? Ich wollte auf jeden Fall mal speichern. Denn ich glaube, das könnte jetzt etwas hässlich werden. Lederstreifen. Alle. Cool. 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 Ist das doch irgendwann schon mal etwas? Ich glaube, das ist das. Ist da jemand? Aua. Tübe. Ich werde euch mit Freuden töten. Nie willkommen sein. Nein. Das waren alle. Hallo. Bleib jetzt. Vorsichtig. Treffer. Die Frage ist jetzt nur, war das gut. Schlüssel zur Festung. Ach ja. Hier bekommt man also erst den Schlüssel. Gut. Super. Jetzt kann ich also alles rundherum aufmachen. Wo ich dran vorbeigegangen bin. Alter Nordpfeil. Vielleicht nochmal speichern. So ganz zufällig. Was habe ich denn jetzt überhaupt alles an Tränken? Jetzt würde ich mich jetzt... Ah. Schon starke Heilung. Ja. Ist schon was. Also da kann man nichts gegen sagen. Automatisches... Hey. Da sind sogar noch Tränke. Volles Eisstachels. Zauberdrang der Feuerresistenz. Ich kann ja mal versuchen so eine Rolle zu benutzen. Speichern. Zack. Und... Äh... Bestimmt hier irgendwo der Eltenkampf. Deshalb... Nehme ich mal... Schutzkreises. Äh... Resterie. Äh... Ihr also seid in mein Haus geplatzt und habt meine Projekte zunichte gemacht. Ja, haben wir... Wie schön, euch kennenzulernen. Wer seid hier? Namen spielen keine Rolle mehr. Ihr könnt mich die Ruferin nennen. Okay. Also habt ihr einen Grund dafür, ein solches Chaos anzurichten? Ja. Ihr gehört also nur zu Ahrens Lakaien. Wie schade. Ihr seht mir sehr vielversprechend aus. Ihr kommt hierher, tötet meine Assistenten und unterbrecht meine Arbeit. Ihr habt mich verärgert. Da werde ich euch wohl kaum etwas geben. Eine Vereinbarung? Ja. Nachdem ihr so viel zerstört habt? Schön. Überlasst mir den Elf. Ihr könnt mit euren Büchern gehen. Ich, äh... Moment mal, was? Warum bin ich los hierher gekommen? Das ist ganz einfach. Aber warum? Euer kleines Abend. Genug. Ist da jemand? Genug, ich ergebe mich. Hallo. Ich muss laden. Ich muss von der letzten Scheiße laden. Das gibt's doch nicht. Das war jetzt ein Fakt. Wie schön, euch kennenzulernen. Vielen Dank. Namen spielen. Also habt ihr einen Grund dafür, ein solches Chaos. Ihr gehört... Ihr kommt hierher. Tötet meine Assistenten. Ach, auf einmal sagt ihr bitte und danke. Ja. Ich fürchte für Nettigkeiten ist es jetzt zu spät. Ich gebe euch die Chance, euch umzudrehen, zu dieser Tür hinaus zu gehen und nie mehr wieder zu kommen. Und ihr solltet euch besser beeilen. Versucht ihr etwa mich zu bedrohen? Ja. Nachdem ich so gastlich war? Nun, dann werdet ihr gar nicht mehr hier weggehen. Ihr seid tot. So. Äh. Vielleicht einmal... Was könnten wir denn nehmen? Feuerresistenz ist auf jeden Fall gut. Dann, ähm... Ja. Magiker brauche ich jetzt nicht so unbedingt. Vielleicht nehme ich meinen Bogen mal. Feuerresistenz ist auf jeden Fall. Aua. Warte. Äh... Frostresistenz kann man ja auch mal gerne schlucken. Generation. Und ein paar Schatten. Roman. Aua. Boah. Der Sturm an der Tonche ist ja heftig. Lasst mich in Ruhe. Oh. Schlüssel. Oh. Super. Bücher. Nehmen. Nehmen. Perfekt. Und... Nehmen. Perfekt. Bringen die Bücher zurück. Mach ich doch gerne. Vorholt ich mir ein bisschen. Feuersalze. Ja. Nun, es hat sich ja alles in Wohlgefallen aufgelöst, nicht wahr? Ja. Daran besteht kein Zweifel. Ihr geht also zurück zur Akademie? Ich, äh, warte wohl besser noch ein Weilchen, bevor ich mich dort wieder zeige. Über diese Angelegenheit muss erst einmal etwas Gras wachsen, ihr versteht. Man muss bestimmten Beteiligten die Chance geben zu vergessen, was ich möglicherweise getan habe. Trotzdem habt ihr mich aus diesem Käfig geholt und das werde ich nicht vergessen. Habt vielen Dank und viel Glück. Okay. Eine Truhe. Gold. Stabter Raserei. Ein Vulkanglasbogen. Oh mein Gott. Wie geil. Oh. Weizen. Großer Seelenstein. Beutel. Geld. Das bringt mir dummerweise nichts. Schale. Trank des Taschenliebstahls. Pelzschild. Geldbeutel. Eisenherz. Ja, ich würde sagen, mit den ganzen Sachen gehe ich nochmal nach Weißlauf zurück. Und das wird dann auch nochmal eine etwas längere Folge. Denn, äh, Wurst. Und Wurst ist gut. Und Wurst ist gut. Deshalb, wir gehen jetzt wieder zurück. Und raus aus diesem komischen Kerker. Endlich. So. Ähm. Karte. Ähm. Ab, na, Weißlauf. Schön schnell dahin. Perfekt. Und wir sind am Morgen schon da. Ähm. Ja, ich möchte mal gucken, was mein Vulkanglasbogen da ausrichtet. Ein Mernabgeschworenen und ein Vulkanglas. Veredelter Malatron. Hier und 44 Gar nicht mal so schlecht Allerdings Haben wir nicht so viel dafür So können wir hier ein bisschen was Einen Eisenbahnen können wir machen Super Dann müsste ich mal gucken Ich habe hier einige gute Stücke, wenn ihr etwas sucht Drinnen gibt es noch mehr Fels Ja komm Machen wir mal so ein bisschen was Bräder stehen So Okay Dann Ich sage nicht, dass ich der Beste Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Wir wollen eigentlich dir was verkaufen Und zwar Den Eisenschild Die Lederarmschienen Den Lederstift Und Den abgeschworenen Abgeschworenen Die Streitachs Den Eisendolch Und von dir Die besten Waffen und Rüstungen Ja Ist klar Wollen wir veredelt hin Genau Noch eine am besten Perfekt Und Nein Kann ich der denn noch was geben? Nein Okay Vergesst nicht auch drinnen reinzuschauen, falls ihr etwas braucht Ja Mal gucken, was der drinnen uns Gibt Zack Schmiedekunst verbessert Juhu Kennt ihr meinen Vater? Erst War das der Jarl? Ich weiß es jetzt nicht Wir haben kleine Und Die besten Waffen und Rüstungen Ja Das wollte ich jetzt nicht Ich wollte euch eher noch was verkaufen Aber Das geht wohl nicht Schade Ich habe bestimmt sehr viel für sie zu verkaufen Aber ich will es schade Es ist schön mit euch Geschäfte zu machen Wirklich Ich möchte jetzt nach oben zu der Burg Der Jarl ist ein besserer Geschäftspartner als sie Ich könnte sie mir glauben Und ich habe mich bestimmt auch nicht verlaufen Ich möchte nur nicht an den komischen Typen da vorbeilaufen Das ist so schützend Ich habe übrigens nachgefuckt Es gibt eine Mod Wo diese Statue Abgebrochen ist Und auf diesen nervigen Typen da gefallen ist Das fand ich göttlich So rein in die Drachenfeste Und mal gucken was die da so haben Oder was die mir geben können Oder so Auf jeden Fall habe ich jetzt einen super schönen Plakantlass Und Ich wollte mal gucken Unbekannt 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 Jetzt habe ich jede Menge Heftige Perks drauf Es ist ja nur halb so schlimm Hier Objekte die diesen Zaubertrank trinken Trank Nein Veränderung Nein Schwörers Falschens Heilers Kriegers Das Das Voll Waffenschmids Ich hatte doch hier irgendwo des Verzauberns Wo ist denn der Gegengift Ne ok Ich habe nur Waffenschmid Schade Gut dann Gegenstand Verzauern Und zwar meinen Elfenhelm einmal Wirksamkeit gebaut Ertrinken 8% Beschwörungen Nein Schießkunst Wiederherstellung Ich bin für Schießkunst Seelenstein 12% Ist besser Oh mein Gott Nur ein Gegenstand Vulkanglasbogen Ausdauerschaden Furcht Magieschaden Geil Ladungen Nehm ich mal wieder etwas mehr Ja enter Ja herstellen Perfekt So kann ich jetzt nur ein Gegenstand verzaubern Spitzhacke Verzaubern Blitzschaden H Genau Und R herstellen Perfekt Perfekt Jetzt bin ich wieder auf ein Level aufgestiegen Besucht ihr die Drachenfeste um über die andauernden Feindseligkeiten zu diskutieren Nein Die anderen großen Krieger Nein Ich möchte eigentlich Okay ich kann nur so und so viel machen Dann Zack Zack Herstellen Dann 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 Machen wir hier noch ein bisschen Gesundheitssenken. Haben wir hier noch ein bisschen Giftresistenz. Was haben wir denn noch? Ausdauersenken. Ausdauersenken haben wir jetzt 1 Silisten. Okay. So, super. Alchemie beenden. Steige eine Stufe auf. Ich würde sagen, wir nehmen noch ein bisschen Gesundheit. Und... Schmiedekunst. Obwohl, gerade brauche ich das überhaupt nicht. Das ist ja das Problem. Ähm... Leichte Rüstung, Schleichen, Schloss knacken. Äh... Ich bin mal dafür. Ich bekomme höhere Verkaufspreise. Ja. So. Das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.